Yo, was geht? Es ist der beste Among Us Spieler der Welt, unsere Windzeit. Habe ich gerade weifend Kompliment gemacht? Alter, ich küsse deine Augen, Junge. Hey Lukas, hast du schon mal Among Us überhaupt gespielt? Hey, ähm, nein. Jeden das seine. Perfekt, Digga. Leute, wir schauen uns heute gemeinsam die Clips von Trimax an. Best of Among Us Fail, Shrider to Love, Leute. Und es wird mal wieder Zeit, Shrider to Love wahrscheinlich, oder? Warte ganz kurz, wollten wir nicht normale Trimax-Fails gucken? Wir gucken heute Among Us Fail. Ähm, okay. Among Us ist im Hype, Trimax ist dabei, äh, Vive ist geistig 3. Ach, halt deine f***e, Revi. Let's go. Ach, Digga, da hat Discord wieder nicht verstanden. Ja, die Discord-Geräusche sind einfach... Was macht er jetzt? Och, Digga, wie er da schon wieder... Ach, Mann. Oh, Mann. Ich traue mich hören, hallo? Ne, läuft gut. Oh, Leute, Trimax hier. Das bleibt doch alles drin. Das bleibt alles im Video. So, wie es hier ist. Wer lacht, muss 1000 Euro bezahlen. Ich bin Meisterdetekt. Und diese Mechanics möchte ich nun hier zum Vorschein herbringen. Den hört doch keiner, mit wem redet der? Der ist saudumm. Der ist wirklich saudumm. Also, Trimax ist wirklich absolut kein... Perfekt. Drei von drei Runden tot. Geil. Trimax ist aber auch ein easy Target, weil er immer Lost rumläuft. Das ist einfach, ich easy den umzubringen. Der erste Kill muss immer entweder Caruso oder Trimax sein. Caruso, weil er zu gut ist, oder Trimax, weil er Lost ist. Denny haben wir aber auch nicht gesehen. Haben wir den... Walk out, walk out, walk out, walk out. Ach, nicht schon wieder. Brasilien? Zentrales ist das Mittelfeld? Ist das auch cool? Ja, aber... Wir haben jetzt... Was denn, Chef, warst du gerade im Zim? Schon wieder? Das ralle ich nicht. Das ralle ich nicht. Das ralle ich nicht. Da muss man einfach nur bis 10 zählen. Man muss bis 10 zählen. Und er hat mich dafür geflamed, dass ich nicht wusste, was ich machen musste. Oh mein Gott, Bro. Peinlich, Max. Schnauze halten. Ja, und die Aufgabe check ich hier nicht. Man muss bis 10 zählen. Das ist die letzte Aufgabe, die ich machen muss. Einfach nur nacheinander anklicken. Ja. Jawohl, Danny! Wir haben verloren wegen Max. Wir haben verloren wegen Max. Leute, ich habe... Ich habe Mickey Wenden gesehen. Ich habe... Max? Schnell den 31er probieren, Digga. Also... Mickey Wenden gesehen. Oh, mein Weapons. Ich bin gerade reingerannt. Und er kam raus. Wie langsam der das macht. Guck mal. Guck mal, wie sein Gehirn sich abschicken muss. Letztes Mal war schon genau derselbe Clip. So hinten. Er wird umgebracht. Das habe ich noch nie gemacht. Hä? Nicht so leicht. Dann wird der da... Digga. Die schwersten Aufgaben. Guck mal. Man muss einfach nur Knopf drücken. Der Tryhard. Oh. Oh, Digga. Ja, rat mal, wer das war. Das war ich. Das war ich, Digga. Das war ich. Ich muss jetzt aber deine Arme nach hinten anrufen. Oh, Gott. Mit einem Messer. Immer hinten. Der Brustkorb auf. Mann, sag doch mal leise, Alter. Seid ihr dumm? Oh, oh, oh. Wir sind in-game, oder? Ja? Oh, oh. Rennen. Ups. Rewi, du fehlst. Oh, mein Gott. Ich bin in der anderen Lobby gestartet. Oh, shit. Rewi. Unangenehm. Wie peinlich. Ja, bro. Das ist jetzt nicht so unangenehm, wie das, was du hier als Content rausputzt, Max. Das musst du an der Stelle einfach mal sagen. Kleiner Jock. Unendlich peinlich. Das war doch nicht peinlich, oder, Lukas? Es kann halt passieren, aber er reagiert, als hättest du keine Ahnung was. Richtig, genau. Oh, ja, ja. Er ist richtig traurig. Guck mal, wie traurig er ist. Er wurde jetzt umgebracht? Ja. Direkt zu FIFA. Dieser Süchtige. Kein Warhol. Kein Walkout. Stark, Max. Stark. Stark. So, Junge. Strong gespielt. Der sagt, strong gespielt. Mann, alter Junge. Jetzt habe ich irgendwie ein bisschen zu viel, der FIFA Points. Wisst ihr das Problem? Oh, tot wie. Tot wie? Max. Nee, team of the year. Toty. Toty. T-O-T-W. Digga. T-O-T-Y. Nee. Scheiße. Na, ihr wisst, was ich meine. Da kommt noch was. Und die brauche ich dann, die Punkte. Kam, Alter, wer ist das? Unge? Hm. Hätte mich ja krass töten können, ne? Er hat zwei Aufgaben gemacht. Ich habe ihn gut erwischt dabei. Ich bin dabei erwischt, dass er Crewmate ist. Max, ähm, also Unge hat nichts falsch gemacht. Die Zeit läuft ab. Ich bin der einzige zivilisierter Herr. Ich habe Unge, äh, eine Falle gestellt. Er ist 100% Crew. Ja, ich habe Trinac und Unge auch zusammen gesehen bei Lower End. Nein, nein. Unge ist 100% Crew. 100%. Und was am Ende kommt. Denk ich auch. Ich war die ganze Zeit bei Unge. 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 Die Falle war folgendermaßen nicht. Er hatte niemals zwei Fake-Tasks. Niemals zwei. Er hatte keine Zeugen. Niemand macht Fake-Tasks ohne Zeugen. Zwei Stück hintereinander. Die Tür geht zu. Unge ist es nicht. Wenn wir jetzt zusammen rumlaufen, können wir es rocken. Und er hätte auch sehen können, dass ich die Kills nicht gemacht habe. Und dann können wir zusammen rumlaufen und die Runde gewinnen. Geil, Digga. Ja, Mann, Digga. Geil. Digga. Der hat ja den ersten Kinn. Habt ihr das gesehen? Motz? Hallo. Baby, du hast wohl nicht damit gerechnet, dass ich vor der Tür warte. Aber du kannst nicht aus dem Mad-Bad wegwenden, wenn ich warte, bis die Tür wieder aufgeht und dann das Spendi finde. Dann war Revi reingekommen, Revi hat bei dem anderen geflaght. Ja, wir können doch einfach Revi direkt reichen. Das konnte ich nicht noch partei-Tasks. Scherz Strubel ist der andere. Ja, der Fett wartet die schnellste Runde der Welt. Jetzt tut das so, als wäre der AFK-Tasks. Ach, Scherz Strubel ist AFK-Tasks. Er tut so, als wäre der AFK-Tasks. Max wieder im Hintergrund FIFA-Packs. So, jetzt müssen wir blöd warten. Womit filmen wir, äh, die Lücke? Ja, Scherz Strubel. Was? Warum holen wir mich? Weil du AFK warst. Ey, wenn wir das jetzt gewinnen. Scherz Strubel, vote! Weil du AFK warst. Ja, gut, also. Ja, wer geht denn scheißen bei Among Us? Ja, Max, den Glücksmoment habe ich dir natürlich gerne beschert, Bro. Komm, hey, das geht auf meinen Nacken, Digga. Das geht auf meinen Nacken, wie wenn der Friseur mir Haare schneidet und die runterfallen. Klar, oder, Lukas? Nein. Alter! Oh mein Gott! Holy shit! Aber wie kommt das? Weltrekord! Oh, noch ein Rennemann wieder raus! Max rennt immer Leuten hinterher. Das ist schon ein ziemlich brutaler Play vom Imposter. Das wären halt immer so krasse Plays, wo ich den Leuten dann auch gönnen... Wo ich den Leuten dann auch gönnen würde, dass sie Pasta sind, weil das einfach super nicer Play war. Digga, Max, du bist so verloren, du armer Junge. Der rennt die ganze Zeit Leuten hinterher. Der checkt nicht, dass er einfach seine Aufgaben machen muss. Schon wieder, es passiert genau das Gleiche jetzt wieder. Das ist immer ein Electric Hill. Immer, Digga. Stark, Max. Stark. Satisfying. Schaut es euch an. Wieder. Bitte. Bitte bedankt. Einfach clean. Kabelaufgabe ist es so geil, einfach. Highlight der heutigen Folge. Was? Das ist doch kein Highlight. Das ist doch kein Highlight. Okay, fangen wir an. Oh, der Trimax hier. Warte mal ganz kurz. Warum schneidet der nicht sein? Wo es los geht? Warum ist der am Anfang? Fangen wir doch an, ne? Der Lektion erst mal 30 Sekunden über den Lippen, so. Schmatzt erst mal, trinkt noch was, geht sich den Arsch auf mich und dann fängt der an. Hat er mich umgebracht. Oh. Es war so klar. Es war so klar. Es war so klar von Trimax. Ich war nicht gemütet. Er sagt, er sagt von Trimax, du bist so ein Schmerz. Ich war einfach nicht gemütet. Ich hab Glück. Ich vercheck. Ich denke, es war Trimax. Ich denke, es war Trimax. Der verrät den auch noch. Oh. Hey, was ist das? Nein, nein. Vote Trimax. Ey, ihr votet schon wegen. Voten ja. Trimax safe und kurz? Ja, komm. Trimax. Dann kommt Trimax. Ey, wenn ich's nicht bin, oh mein Gott, dann müsst ihr welches raushauen. Holy shit. What the fuck? Wie random. Oh, wie schlecht. Scheiß es gar nicht. Äh. Was passiert? Was passiert? Dass das funktioniert. Wer war drin? Auf wen bin ich pisst? Daumen hoch, wenn morgen einfach das Formcheck-React kommen soll, Leute. Ab jetzt nur noch Trimax-React bis Dezember. Ja, Leute. Was soll ich sagen? Lukas schuldigt mal wieder 1000 Euro. Und das war's von diesem wunderschönen Video. Wenn's euch gefallen, lasst einen Daumen nach oben. Da schaut gerne bei Lost Moments und Trimax vorbei. Und natürlich auch gerne bei Arrive. Wir sehen uns beim Doppel und Trimax. Ah, danke, ne? Wir sehen uns beim Doppel und Trimax. Wir sehen uns beim Doppel und Trimax.